Klicks bei der Aufnahme zeigen Erstellt man mit QuickTime ein Bildschirmvideo, kann man bei der Aufnahme die Mausklicks hervorheben. Dazu wählt man vor der Aufnahme die Option Mausklicks in der Aufnahme anzeigen. In der fertigen Aufnahme ist dann bei jedem Mausklick ein schwarzer Kreis, um den Cursor zu sehen. Will man kompliziertere Aktionen erklären, sorgt dies für deutlich mehr Überblick.